Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs schweigen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Schweigt. Schwieg. Hat geschwiegen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich schweige. Du schweigst. Er schweigt. Wir schweigen. Ihr schweigt. Sie schweigen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schwieg. Du schwiegst. Er schwieg. Wir schwiegen. Ihr schwiegt. Sie schwiegen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geschwiegen. Du hast geschwiegen. Du hast geschwiegen. Er hat geschwiegen. Wir haben geschwiegen. Sie haben geschwiegen. Sie haben geschwiegen. Sie haben geschwiegen. Sie schwiegen. Sie schwiegen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schwiege. Du schwiegst. Er schwiege. Wir schwiegen. Wir schwiegen. Ihr schwieget. Sie schwiegen. Den Schluss macht der Imperativ. Schweige du. Schweigen wir. Schweigt ihr. Schweigen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb schweigen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen.